Ihr müsst nur Action sagen, dann fangen wir an Quatsch zu machen. Ich kann einen in meinem Bart ziehen, so dass die Unterlöbel runter geht. Die Savitur de la Gremont Compagnon est finit. Komm ich zeig dir das fette Kürbismonster. Wann bin ich dran, denn jetzt ist ein Simon. Hast du Lust? Komm ich zeig dir das fette Kürbismonster. Noch ein bisschen im Pratt. Okay nochmal, sorry. Ja. Du sollst mich nicht immer so bewegen. Maximum Geines. Jetzt noch mal ne Runde zocken, hast du Bock? Komm ich zeig dir das fette Kürbismonster. Was ist so strange daran? Ja, weil ich das hier gemacht habe. Ja, aber okay Frau Kretsch. Super, bis dahin. Was ist denn da unter der Decke passiert Jungs? Simon! Ohne Scheiß, ich spür dauerl einen Schlong. Alter, was ist das? Ich wollte den Tag nicht versorgen. Es ist so harter Dreh jetzt gerade. Ähm. Ich weiß, ja, ja, ich hab mir schon gedacht, dass du antwortest. Ich muss jetzt echt auflegen. Was soll ich? Ihhh, was ist denn der Dreh? Ihhh, da bist du auch noch stolz drauf. Nimmst du den dann wieder nach Hause und formst dir einen Fuß daraus. Ja, aber Sack Action oder Go oder irgendwas. Ich mach für 300 Euro. Das ist der Fuß. Ich hab letzt gehört, da hat jemand. Da wurden Bakterien, die weltweit zum ersten Mal gefunden wurden, in einem Bauchnabel von jemandem gefunden, die von einem Kontinent stammen, wo er noch nie war. It's a true story. Wirklich finde ich interessant. Wie kriegst du Bakterien in deinem Bauchnabel aus einem Land, wo du noch nie warst? Das macht keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Über T-Shirts wahrscheinlich. Game One T-Shirts. Irgendwo in Usbekistan. Bis zum nächsten Mal.